Man sieht mich nicht mehr in der Facecam, holy shit. Mach mal 100% Beleuchtung hier an. Das ist so eine wunderschöne Karte, ich liebe die, Alter. Ach du Scheiße, was muss ich machen, nach ihrer Balance kaputt von? Richtig. Danach machen wir Münziger. Ich werde hart verkacken. Äh, bieee, ah nein, das hat, ach ich bin unten, oh der hat Moin. Ich hab grad auf dein Bildschirm geguckt, Lud. Junge. Schau, wie ist denn ein Kreis, ja? Digga, ich fahr gegen jede Wand. Was? Was? Lächerlich, Alter. Wo sind die Gegner? Ey, Spiel, willst du mich verarschen? Ah genau, und die, die fahren sich auch irgendwann ein, also die Dinger. Junge, was bringt mir das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich fahr gegen jede Wand. Ja, ich fahr gegen jeden Wand. Ja, ich fahr gegen jeden Wand. Ja. Ich fahr im Kreis und hab meistens irgendwas hinten an mir dran hängen. Oh nein, wer fiss dich? Wo willst du? Oink oink, Alter! Yoshi! Da ist Yoshi! Da hinten ist Yoshi! Ja, und tschüss, Alter! Junge, wisst du eigentlich so, dass man nichts kann? Ja, ist okay, ich fahr noch ein paar Runden im Kreis, ne? Ja! Alter! Junge! Jawohl! Fiss dich, lass mich in Ruhe durch die Ecke! Hat Smart Sub gemacht, Alter! Scheiße! Ja, und Schiss! Ja, ja, mach ruhig! Oh mein Gott! Ich hab gewonnen, oder? Ich hab gewonnen, hab ich gewonnen? Was?! Was?! Junge, was kann mein Team?! Nichts machst du, ey! Ich hab mein Team einfach alles machen lassen! Hahaha! Ey, das ist ja mal lächerliches Fakt, Alter! Ja, ey, du wolltest dir so ein Teamplay machen? Ja, 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 komm, mach! Du hast doch ein gutes Team! Ja, du hast dir einfach nur bessere Teammates geholt! Lächerlich! Los! Next Game! An die kann ich mich überhaupt nicht erinnern! Doch! Doch, aber so ähnlich nur! Also nicht direkt die Karte, aber so in der Mitte durchspringen, das kenn ich! Oder? Doch, die Karte kenn ich! Kenn ich die Karte? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war so dumm! Alter, ja, ich geh gleich raus! Ich werd jetzt schon gefickt! Oh mein Gott! Ja, jetzt weiß ich! Ich kenn die Karte! Ich kenn die Karte! Oh mein Gott! Tschüss! Wow! Ach du wieder da! Sehr schön! Junge, mein Bild ist voll abgeschnitten! Ich seh gar nichts! Junge, nicht nur deins! Seh die so an! Das ist ganz dezent schwierig, Alter! Echt? Erst recht, wenn ich diese grünen Panzer immer nur sehe, kurz bevor die mir in die Fresse fallen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Oh nein! Irgendwie wurden die abgenommen, alter Junge, das Spiel habe ich einfach drauf Die Karte kenne ich nicht Ich kannte die auch zuerst nicht, aber wenn Mit diesem rollenden Ball in der Mitte, doch, kenne ich Save Au, das war schlecht, alter Schlecht Die Runde wird nicht an uns gehen. Komm her! Komm her! Ist auch grob! Ja, komm her, Alter! Nö. Ja, und ab, Alter. Die Musik ist gut. Was? Die Musik ist gut. Wie ist das? Ja, win! Junge, ich war der Beste von unserem Team. Macht unser Team überhaupt irgendwas. Junge. Ich finde, dass mein Team einfach alles macht. Die machen das. Junge, du checkst gar nichts. Ich mache jede Runde einen Punkt. Jede Runde ein Punkt reicht. Nee. Oder? Ich will es aus hier. Nee, ich glaube nicht. Also wenn, dann ist es schon ewig lange her, Alter. Alter, die Karte ist in dieser Mini-Ansicht ja ein Krampf. Ich kann mir nicht mal ein Ding holen, Alter. Ich bin Atem! Okay, ich habe gerade einen Punkt gemacht. Chillig. Ich auch. Ich weiß nicht wie. Ich auch nicht. Ich habe das Ding irgendwie geworfen. Ja, das war's. Ja, und ich habe einen Punkt abgewehrt. Weil, da kam ein Rotes und ich habe einfach Donkey Kong vorgeschickt. Opfer. Ja, danke Team. Ihr fahrt in meine Grünen rein. Also ich check nicht, wie ich an diese Dinger komme. Ja, fuck. Ja, fuck. Schlecht. jawohl jawohl nein das hat um oh mein gott oh mein gott ich dachte das waren drei ich mache gut punkte diese runde ich habe gut gemacht ich war gar nicht ich werde ich verliere auch gut punkte ja wir verlieren das ich habe auch eben team hat auch in mich rein zu fahren ich bin nicht halt kaktus gefahren ja wohl ich habe gerade punkte geholt alter ich habe gerade punkte verloren hallo ich sehe nix hallo ist jemand da hallo junge ich habe acht punkte geholt ich muss mir kurz in meinen kalender eintragen dass ich vier punkte gemacht ich habe einfach die hälfte unserer aller punkte gemacht nun guck dir das an läuft bei deinem team ja let's go wo ist mein pokal wo ist mein pokal genau da könnte du darfst auch mal einen haben